Das Thema der heutigen Botschaft lautet Festungen zerstören. Es geht dabei um geistlichen Kampf. Wir müssen zunächst einmal verstehen, warum es überhaupt einen geistlichen Kampf gibt, wer gegen wen kämpft und auf welcher Seite wir stehen. Ich möchte als erstes Matthäus 12 aufschlagen, eine Passage über den Dienst Jesu, der die grundlegende Tatsache verdeutlicht, dass es zwei unsichtbare geistliche Reiche gibt, die gegeneinander Krieg führen. Das eine ist das Reich Satans, das andere ist das Reich Gottes. Ich denke, die meisten von euch dürften kein Problem mit der Vorstellung haben, dass Gott ein Reich hat. Einigen von euch ist aber vielleicht nicht bewusst, dass auch Satan ein Reich hat, aber er hat ein Reich und es ist für uns als Christen ausgesprochen wichtig zu verstehen, wie dieses Reich beschaffen ist und wie es funktioniert. Denn wenn wir durch Christus im Reich Gottes sind, befinden wir uns automatisch im Krieg mit dem Reich Satans. Versteht ihr? Wenn ich, sagen wir mal, ein Staatsbürger von Australien wäre, zum Beispiel, und Australien sich, Gott behüte, im Krieg mit Neuseeland befände und hoffen wir, dass nie so etwas jemandem einfällt. Aber wenn es so wäre, dann würde ich mich als australischer Staatsbürger automatisch im Krieg mit Neuseeland befinden, weil ich eben einer Nation angehöre, die sich im Krieg mit einer anderen Nation befindet. Wenn sich also das Reich Gottes im Krieg mit dem Reich Satans befindet und wir im Reich Gottes sind, dann haben wir gar keine Wahl. Dann befinden wir uns automatisch auch im Krieg mit dem Reich Satans. Es ist sehr wichtig für uns, das zu wissen und auch das Wesen dieses Krieges zu verstehen. Lesen wir jetzt also diese Passage aus Matthäus 12. Wir lesen ab Vers 24. Jesus hatte gerade eben einem taubstummen Mann geheilt, indem er den bösen Geist austrieb, der diesen Mann taubstumm machte. Habt ihr gewusst, dass böse Geister Menschen taubstumm machen? Als wir vor vier Jahren in Pakistan waren, dienten wir den Leuten dort. Gott hatte eine wunderbare Tür für uns geöffnet, weil Pakistan ja zu 98% muslimisch ist. Wir hatten die Freiheit, öffentliche Veranstaltungen abzuhalten, an denen bis zu 16.000 Menschen teilnahmen. Und sie kamen aus einem ganz bestimmten Grund. Sie kamen, weil sie gehört hatten, dass wir für Kranke beten würden. Das war für viele der einzige Grund, warum sie kamen. Und im Laufe unseres Dienstes dort kamen Ruth und ich zu einer Gruppe von Männern, die vor uns standen und darauf warteten, dass wir für sie beten würden. Ein Mann fasste sich an die Ohren und anschließend fasste er sich an die Zunge. Wir konnten ihre Sprache nicht sprechen, aber ich begriff, dass er uns damit zeigen wollte, dass er taubstumm sei. Rein theoretisch wusste ich, was das Richtige sei. Ich dachte, ich tue es einfach. Und dann sehen wir, was passiert. Ich sagte, du stummer und tauber Geist in diesem Mann. Und ich sprach dabei auf Englisch, aber er war ja taubstumm, und deshalb hätte es wahrscheinlich nicht viel ausgemacht, in welcher Sprache ich gesprochen hätte. Ich sagte, du stummer und tauber Geist in diesem Mann. Und im Namen des Herrn Jesus befehle ich dir, aus diesem Mann auszufahren. Dann sagte ich zu dem Mann, sagen Sie etwas. Und augenblicklich hörte er mich. Er verstand es nicht, aber er hörte. Und dann fing er an, Laute von sich zu geben. Die Leute brachten den Mann auf die Bühne und erzählten allen Menschen, dass er von einem stummen und tauben Geist befreit worden sei. Und ich sagte zu mir, das funktioniert also. Ruth ist hier und sie soll es mir sagen, wenn es nicht korrekt ist, was ich jetzt sage, aber ich denke, dass wir in den darauffolgenden 10 Minuten herumgingen und nach taubstummen Menschen suchten, und in Pakistan sind sie nicht schwer zu finden. Ich denke, in den darauffolgenden 10 Minuten erlebten wir, wie mindestens 10 Menschen von ihrer Stummheit und Taubheit befreit wurden, als der böse Geist aus ihnen ausgetrieben wurde. Ich sage das, weil es keine bloße Theorie ist, keine altmodische Legende, sondern eine überaus lebendige und aktuelle Realität. Jesus hatte also dasselbe getan. Und jetzt lesen wir, was geschah. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus, als durch den Beelzebul, den obersten der Dämonen. Sie brachten eine entsetzliche Anklage gegen Jesus vor. Sie sagten, er könne Dämonen austreiben, weil er mit dem Herrscher über die Dämonen verbündet sei. Jesus antwortete ihnen und sagte, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird denn sein Reich bestehen? Jesus sagt also hier ganz klar, dass Satan ein Reich hat, ein Reich, das nicht entzweit ist. Und dann sagt er, und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Hier spricht Jesus also vom Reich Gottes. In diesem Dienst, in dem Menschen von bösen Geistern befreit werden, tritt diese Konfrontation zwischen den beiden Reichen offen zutage. Das unsichtbare Reich Satans wird von den Dämonen repräsentiert, das unsichtbare Reich Gottes wird von Jesus repräsentiert und von jenen, die seinen Dienst in seinem Namen weiterführen. Ich glaube, dass Satan aus zwei Gründen diesen Dienst der Befreiung ganz besonders fürchtet. Zunächst einmal offenbart der Dienst, das unsichtbare Reich Satans, und es wäre ihm viel lieber, wenn es unsichtbar bliebe. Zweitens zeigt dieser Dienst den Sieg und die Vormachtstellung des Reiches Gottes über sein Reich. Wir haben also zu Beginn dieser Passage diese Passage gelesen, um euch zu zeigen, dass das Neue Testament ganz klar offenbart, dass es zwei unsichtbare, geistliche Reiche gibt, die sich im Krieg befinden, das Reich Gottes und das Reich Satans. Eine kurze Beschreibung des Reiches Satans und seines Hauptquartiers finden wir in Epheser 6. Das ist ohnehin eine Schlüsselstelle zu diesem Thema. Paulus sagt in Epheser 6, 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ich möchte euch nun gerne die Prinz-Version dieses Verses vorlesen. Es ist die Amplified, also erweiterte Prinz-Version. Du fragst, ob ich dazu qualifiziert bin, eine solche Version zu erstellen. Nun, ich habe seit meinem zehnten Lebensjahr Griechisch gelernt, und das ist schon eine ganze Weile her. Ich habe die Qualifikation, Griechisch auf Universitätsniveau zu lehren. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass ich immer Recht habe, aber zumindest bin ich berechtigt, eine Meinung zu haben. Aus diesem Grund lese ich euch jetzt die erweiterte Prinz-Version vor. Denn unser Ringkampf ist nicht gegen Personen mit Körpern. Diese Formulierung stammt aus der englischen Living Bible. Ich halte das für eine sehr gute Umschreibung. Wir befinden uns in einem Ringkampf, aber wir ringen gegen Personen, die keinen Körper haben. Aufgrund dessen müssen wir augenblicklich unser Denken anpassen, weil wir nicht an die Vorstellung gewöhnt sind, dass es Personen gibt, die keinen Körper haben, obwohl es unzählige solcher Personen im Universum gibt. Dann heißt es weiter, wieder in der Prinz-Version, sondern gegen Herrscher mit verschiedenen Bereichen und einer absteigenden Ordnung von Autorität. Es handelt sich also um ein sehr hoch organisiertes Reich. Es gibt Herrscher in diesem Reich, von denen jeder Einzelne einen ganz speziellen Verantwortungsbereich hat. Und unter jedem Einzelnen dieser Herrscher steht ein untergeordneter Herrscher, der für einen untergeordneten Bereich in diesem Reich verantwortlich ist. Vielleicht sagst du, es sei recht clever von Satan gewesen, sich eine solche Organisationsform auszudenken, aber das stimmt nicht. In Wirklichkeit rebellierte er ja gegen Gott, als er, wie die meisten Leute glauben, für ein Drittel aller geschaffenen Engel verantwortlich war. Er führte seine Engel mit sich in seiner Rebellion gegen Gott. Anschließend wurden sie aus dem Himmel hinaus geworfen und Satan hat dann ganz einfach ein rivalisierendes Reich aufgebaut, wobei er die Organisationsstruktur beibehielt, die sie hatten, als sie noch Teil des Reiches Gottes waren. Aus diesem Grund ist diese ausgesprochen clevere Organisation nicht sein verdienst. Ich möchte diesen Vers noch einmal wiederholen. Denn unser Ringkampf ist nicht gegen Personen mit Körpern, sondern gegen Herrscher mit verschiedenen Bereichen und einer absteigenden Ordnung von Autorität gegen die Weltbeherrscher der derzeitigen Finsternis. Ich habe hier ganz bewusst das Wort Beherrschen verwendet, weil es sich im Griechischen hier um ein sehr eindringliches und nachdrückliches Wort handelt. Außerdem wähle ich dieses Wort Beherrschen, weil Gott nie jemanden beherrscht. Wo auch immer jemand beherrscht wird, ist dies etwas Satanisches. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott Menschen regiert. Aber es ist Satans Ehrgeiz, die ganze Welt zu beherrschen. Versteht ihr das? Er möchte nicht nur einen kleinen Teil der Menschheit beherrschen, sondern er möchte durch ein Reich der Finsternis die ganze Welt beherrschen. Und weil es ein Reich, ein Reich der Finsternis ist, wissen die Menschen, die in diesem Reich sind, zum größten Teil nicht, wo sie drin sind. Das Reich Gottes hingegen ist ein Reich des Lichts. Wenn wir im Reich Gottes sind, dann wissen wir, wo wir sind, zumindest einigermaßen. Aber die meisten Leute, die im Reich Satans sind, wissen nicht, wo sie sind, eben weil es ein Reich der Finsternis ist und aus diesem Grund können sie nicht sehen. Und dann noch der letzte Teil des Verses, Vers 12, gegen geistliche Heerscharen der Bosheit in der Himmelswelt oder an himmlischen Orten. Es sind also gewaltige Armeen. Das Wort Heerschar ist ja ein etwas altmodisches Wort für Armee. Riesige Armeen satanischer Wesen, Personen ohne Körper, die in einer Schlachtordnung gegen uns angeordnet sind. Es ist wichtig, dass wir das wissen, nicht wahr? Es macht einen erheblichen Unterschied in unserem Leben, wenn wir erkennen, womit wir es zu tun haben. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass es hier heißt, das Hauptquartier Satans befinde sich in der Himmelswelt. In der Gemeinde Jesu reden die Leute sehr oft so daher, als sei Satan in der Hölle. Die Hölle ist ein Gefängnis für gottlose Personen unterhalb der Erdoberfläche. Mein Kommentar dazu lautet, es wäre schön, wenn Satan in der Hölle wäre, aber er ist es nicht. Er ist auf freiem Fuß, er ist sehr aktiv, und sein Reich befindet sich in der Himmelswelt. Die meisten von euch werden sich jetzt denken, ich habe gemeint, Satan sei aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Da habt ihr absolut recht. Er wurde hinausgeworfen. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Tatsache liegt darin, dass es mehr als einen Himmel gibt. Das ist etwas ganz Wesentliches. Schon im ersten Vers der Bibel heißt es, am Anfang schuf Gott die Himmel, Mehrzahl, und die Erde, Einzahl. Wir haben also schon im ersten Vers der Bibel diese Offenbarung, dass Himmel in der Mehrzahl ist. Es gibt zwei Passagen im Neuen Testament, wo dies sehr deutlich wird. Die erste ist 2. Korinther 12, 2-4, wo Paulus von Leuten spricht, die erkannte und die gewaltige geistliche Erfahrungen gemacht hatten. Er spricht über eine ganz spezielle Person, die von der Erde in die Himmelswelt entrückt wurde. Er sagt, er wisse nicht, ob dieser Mensch in seinem Körper gewesen sei oder nicht. Wir lesen diese Passage jetzt. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib weiß ich nicht oder außer dem Leib weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Paulus sagt, dieser Christ, den er kannte, sei bis in den dritten Himmel entrückt worden. Er sagt auch, er sei in das Paradies entrückt worden, was darauf hinzuweisen scheint, dass sich das Paradies im dritten Himmel befindet. Da er dort die Worte Gottes hörte, scheint der dritte Himmel offensichtlich der Wohnort Gottes zu sein. Nun, ich bin Logiker. Ich kann mich über die Logik nicht hinwegsetzen. Ich bin davon überzeugt, dass es, wenn es einen dritten Himmel gibt, auch einen ersten und einen zweiten Himmel geben muss. Es hat noch nie von etwas ein drittes gegeben, ohne dass es vorher ein erstes und ein zweites gegeben hätte. Diese Bibelstelle sagt uns also, dass es mindestens drei Himmel gibt. Und ich glaube das. Manchmal sagen die Leute von jemandem, der sehr glücklich ist, er sei im siebten Himmel, aber ich halte das nicht für biblisch. Ich glaube, dass diese Formulierung aus dem Koran stammt. Wenn du dich wirklich glücklich fühlst, dann sag einfach, du würdest auf Wolken Nummer sieben schweben, denn die Bibel offenbart, dass es im Himmel viele Wolken gibt. Ich möchte jedenfalls festhalten, dass es mindestens drei Himmel gibt. Ich möchte euch noch eine weitere Schriftstelle vorlesen, Epheser 4, 10. Hier ist davon die Rede, was Jesus bei seinem Tod und seiner Auferstehung widerfuhr. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Paulus sagt also, Jesus sei weit über alle Himmel hinaufgestiegen. Früher lehrte ich Englisch als erste Fremdsprache in Afrika, und ich habe dabei festgestellt, dass jede Sprache ihre Tücken hat. Einige von euch kämpfen vielleicht selbst von Zeit zu Zeit damit. So hat beispielsweise die Verwendung des Wortes alle durchaus ihre Tücken, weil man es eben in bestimmten Situationen nicht anwenden kann. So kam damals einmal einer meiner Schüler zu mir und sagte, Sir, alle meine Eltern sind gekommen, um mich zu sehen. Ich erwiderte, ich verstehe zwar, was du meinst, aber das kannst du so nicht sagen, weil du ja nicht mehr als zwei Eltern haben kannst, und du das Wort alle nicht für weniger als drei Personen verwenden kannst. Wenn Paulus in dieser Schriftstelle also über alle Himmel sagt, dann müssen es mindestens drei Himmel gewesen sein, und ich glaube, es sind auch drei. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang gerne meine Meinung sagen, und ich behaupte nicht, dass dies notwendigerweise biblisch ist, aber für mich hat es den Anschein, dass der dritte Himmel der Himmel ist, in dem Gott wohnt. Es ist der heilige Himmel. Und vergesst nicht, dass Gott sogar über dem Himmel wohnt. Diese Aussage finden wir in vielen Bibelstellen. Der erste Himmel ist meiner Meinung nach der sichtbare Himmel, den wir sehen, mit Sonne, Mond und Sternen. Damit bleibt also noch ein zweiter Himmel übrig, der nie als zweiter Himmel bezeichnet wird, aber irgendwo zwischen dem sichtbaren Himmel, und dem Himmel als Wohnort Gottes, liegt dieser zweite Himmel. Ich persönlich glaube, dass in diesem zweiten Himmel das Reich Satans angesiedelt ist. Ich möchte euch diese Theorie gerne nahe bringen, und vielleicht haltet ihr mich für sehr naiv. Aber Ruth und ich reisen sehr viel mit dem Flugzeug, und erst vor kurzem flogen wir auf dem Weg von Neuseeland nach Singapur, ab einer Höhe von 13.000 Metern, was wirklich sehr, sehr hoch ist. Wenn ich so weit oben bin, habe ich manchmal das Gefühl, ich sei oberhalb des reiches Satans. Es ist dort oben sehr leicht zu beten. Man muss sich seinen Weg nicht gegen Widerstände durchkämpfen. Das mag vielleicht eine völlig subjektive Wahrnehmung meinerseits sein, aber irgendwo zwischen Gott und uns befindet sich ein feindliches Reich, das uns widersteht und unsere Gebete verhindern möchte. Das ist auch der Grund, warum wir in manchen Fällen etwas durchbeten müssen. Versteht ihr? Das liegt nicht daran, dass wir etwas beten würden, was nicht im Willen Gottes sei. Das liegt auch nicht daran, dass Gott nicht bereit wäre zu hören. Das liegt vielmehr daran, dass wir ein feindliches Reich in der Himmelswelt durchdringen müssen, um zu Gott zu gelangen. Ich möchte aber nicht spekulieren, sondern euch jetzt eine Passage aus dem Buch Daniel zeigen, die sehr klar offenbart, dass es so ist. Ich werde nicht das ganze Kapitel lesen, aber wenn es euch interessiert, werdet ihr gut beraten, das ganze Kapitel später für euch selbst durchzulesen. Daniel 10 In diesem Kapitel wird erzählt, wie Daniel einen Zeitraum von drei Wochen speziell für Gebet anberaumte und er tat das, was manchmal auch als Daniel-Fasten bezeichnet wird. Es war kein völliges Fasten, sondern er aß nur die einfachsten Lebensmittel und trank keinen Wein und aß kein Fleisch. Und er klagte vor Gott für sein Volk Israel, die Gefangene eines heidnischen Reiches waren. Und am Ende der drei Wochen kam ein herrlicher Engel zu ihm mit der Erhöhung seines Gebets in Form einer Offenbarung von Gott, wie die Zukunft seines Volkes aussehen werde. Das finden wir dann in Daniel 11 und 12. Aber der Engel sagte zu ihm, schon am ersten Tag, als du zu beten anfingst, wurde dein Gebet erhört und wurde ich mit deiner Gebetserhörung losgeschickt. Aber ich brauchte drei Wochen, um zu dir durchzukommen, weil ich irgendwo zwischen dem Thron Gottes und Daniel auf Erden auf den Widerstand satanischer Engel stieß. Ich musste mir meinen Weg durch diese Engel hindurch bahnen. Es ist also sehr klar, dass ich zur Zeit Daniels irgendwo zwischen dem Thron Gottes und der Erde dieses satanische Reich befand. Und ich glaube, dass es immer noch dort ist. Es war immer noch dort, als Paulus Epheser 6, 12 schrieb, und zwar mindestens 30 Jahre nach dem Tod, der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu. Mit anderen Worten, wie auch immer die Situation war, sie änderte sich nicht durch den Tod, die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu. Jesus ist weit über das Reich Satans hinauf gestiegen, aber das Reich Satans blieb dort, wo es war. Und dann sagte der Engel zu Daniel, ich bin mit deiner Gebetserhörung gekommen, aber wenn ich dich wieder verlasse, muss ich mir meinen Weg wieder zurück durch dieselben Engel hindurch kämpfen. Und dann werde ich gegen andere satanische Engel kämpfen müssen. Der Engel, der zu Daniel kam, sagte, auf meinem Weg hierher widerstand mir der Fürst des Königreichs Persien 21 Tage lang. Das bedeutet, dass diese beiden Engel 21 Tage lang gegeneinander in der Himmelswelt kämpften. Er spricht außerdem noch von den Königen von Persien. Im Sprachgebrauch der englischen King James Bibel, die ich hier verwende, verstehe ich es so, dass der Fürst der oberste Herrscher war und die Könige ihm untergeordnete Herrscher waren. Aber sie hatten alle etwas mit dem Königreich Persien, dem persischen Weltreich, zu tun, das zu jener Zeit das größte und mächtigste Weltreich war und aus 127 Provinzen bestand. Satan hatte also einen Superengel, der für ihn, für das ganze persische Reich, verantwortlich war. Aber dieser Superengel hatte noch andere Engel, die für verschiedene Bereiche innerhalb dieses persischen Weltreichs verantwortlich waren. Das ist keine bloße Theorie für mich, weil ich in vielen Fällen und Beispielen erlebt habe, wie dieses Prinzip funktioniert. Nehmen wir zum Beispiel einmal an, dass es in diesem persischen Weltreich verschiedene Großstädte gab, die es ja tatsächlich gab. Ich denke, dass jeweils ein untergeordneter Engel über eine Großstadt stand. Wenn ich so von Stadt zu Stadt und von Ort zu Ort reise, mache ich die Erfahrung, dass ich, um in einer bestimmten Stadt einen effektiven geistlichen Dienst tun zu können, sehr oft herausfinden muss, welche spezielle satanische Macht in dieser Stadt am Werk ist. Und das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Außerdem gab es in diesem persischen Weltreich viele verschiedene Nationalitäten und ich habe die Beobachtung gemacht, dass es sehr häufig einen speziellen satanischen König über eine spezielle ethnische Gruppe gibt. Nehmen wir einmal die Vereinigten Staaten, die aus vielen verschiedenen Volksgruppen bestehen. Ich lebe nun seit über 20 Jahren dort. Ich habe den klaren Eindruck gewonnen, dass es verschiedene satanische Mächte über verschiedenen Volksgruppen dort gibt. Und wenn man sich geistig mit diesen Volksgruppen beschäftigen möchte, ist es wichtig, die Macht zu identifizieren, die über ihnen steht. Jedermann weiß zum Beispiel, dass es viele Schwarze in Amerika gibt. Ich habe kein Vorurteil gegenüber Schwarze. Ich liebe sie. Eine meiner Töchter ist eine Schwarze. Aber sie sind die Nachkommen von Menschen, die als Sklaven nach Amerika gebracht worden waren. Ich habe das auch schon vor schwarzen Amerikanern erzählt. Man stellt nämlich fest, dass die meisten schwarzen Christen bis zu einem bestimmten Punkt kommen und dann sieht es so aus, als würden sie von etwas aufgehalten. Ich habe ihnen meine Meinung gesagt und erklärt, ihr seid als Sklaven gekommen. Ihr habt euch politisch emanzipiert, aber ihr seid nie geistlich emanzipiert worden. Ihr seid nach wie vor unter einem Geist der Sklaverei. Paulus spricht in Römer 8 von einem Geist der Sklaverei beziehungsweise Knechtschaft, wenn er sagt, dass wir nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen haben, sondern den Geist Gottes, der uns zu Söhnen und Töchtern Gottes macht. Und wenn er über Knechtschaft spricht, dann stellt man, wenn man genau hinsieht, fest, dass er über religiöse Gesetzlichkeit spricht, also von Menschen, deren Religion aus bestimmten Regeln und Vorschriften besteht, bei denen es immer nur darum geht, was man darf und was nicht. Ich habe wiederum die Beobachtung gemacht, dass fast alle schwarzen amerikanischen Gemeinden ausgesprochen gesetzlich sind. Fast keine von ihnen kennt die wahre Freiheit der Gnade Gottes. Woran liegt das? Das liegt daran, dass noch nie etwas gegen diesen Geist der Sklaverei unternommen worden ist. Er hat bis zu einem gewissen Grad immer noch Kontrolle über sie. Sie sind Christen, viele von ihnen. Einige von ihnen sind sogar ausgesprochen liebenswerte Christen, aber als Gruppe sind sie noch nie freigesetzt worden. Oder nehmen wir eine andere Volksgruppe in den Vereinigten Staaten, die amerikanischen Indianer. Im Prinzip sind die Vereinigten Staaten ein Land der Freiheit. Leider geht man in unserer heutigen Zeit mit dieser Freiheit viel zu weit. Die USA sind ein Land, wo es aufgrund der Wesenseigenart, der Wirtschaft und der Gesetze fast jedem gut gehen kann. Man braucht dort kein Doktor der Philosophie zu sein, damit es einem gut geht. Ja, vielleicht ist es sogar besser, wenn man es nicht ist. Aber es gibt eine Volksgruppe, der es im Grunde nie gut gegangen ist, die amerikanischen Indianer. Es ist ihnen finanziell nie gut gegangen, in sozialer Hinsicht nie gut gegangen, und auch geistlich leben sie immer noch in einer entsetzlichen Finsternis. Viele dieser Leute praktizieren Zauberei, und zwar eine sehr mächtige Form von Zauberei. Es ist eine Tragödie, aber ich habe den Eindruck, dass sie in Knechtschaft bleiben werden, bis jemand mit einer Vision die Wurzel der Probleme der amerikanischen Indianer versteht und bereit ist, geistlichen Kampf zu führen, um sie freizusetzen. Nun, ich war weise genug, Beispiele aus einem für euch fernen Land zu nehmen, aber ich denke, wenn ihr über das, was ich euch sage, nachdenkt, werdet ihr in kurzer Zeit erkennen, dass ganz ähnliche Prinzipien auch auf eurem Kontinent wirksam sind. Als der Engel mit seiner Schilderung fertig ist, sagt er zu Daniel, wenn ich gehe, werde ich wieder gegen den Fürst des Königreichs Persien kämpfen müssen, und anschließend werde ich gegen den Fürst des Königreichs Griechenland kämpfen müssen. Warum Persien und Griechenland? Nun, es gab insgesamt vier heidnische Weltreiche, die das Volk Gottes, Israel, beherrschten und deren Land und die Stadt Jerusalem. Und die Schlacht ist in geistlicher Hinsicht immer dort am intensivsten, wo der Brennpunkt der Dinge liegt, die im Zusammenhang mit dem Reich Gottes stehen. Überall dort, wo Gott am Werk ist, werdet ihr feststellen, dass Satan auch am Werk ist. Sein Name bedeutet ja der, der widersteht. Versteht ihr? Er widersteht den Absichten Gottes und dem Volk Gottes. Er muss das einfach tun. Er ist ein Sklave seiner eigenen Natur. Es gab also vier aufeinanderfolgende heidnische Weltreiche, die Israel beherrschten. Babylonien, Persien, Griechenland und Rom. Zur Zeit Daniels war immer noch Persien das dominierende Weltreich, doch als nächstes sollte Griechenland folgen. Somit sehen wir, dass der geistliche Kampf in gewisser Weise in Beziehung zum Volk Gottes steht, zu den Absichten Gottes und in gewisser Weise ist es notwendig, diesen geistlichen Kampf zu führen, damit Gottes Absichten für sein Volk erfüllt werden. Und Daniel ist ein wunderbares Musterbild für jemanden, der durch Gebet, Fasten und Fürbitte die Geschichte seines Volkes veränderte. Ich möchte nun rasch die Passagen vorlesen, die ich soeben zitiert habe. Daniel 10, 2-3 In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, volle drei Wochen. Köstliche Speise aß ich nicht und weder Fleisch noch Wein kamen in meinen Mund und ich salbte mich nicht bis drei volle Wochen umwaren. Hier wird der Zeitraum der drei Wochen betont. Der Engel, der zu ihm kam, sagte Verschiedenes und dann sagte er in Vers 12 Fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Irgendwo auf seinem Weg von Gott zu Daniel widerstand ihm der Fürst des Königreichs Persien 21 Tage lang. Und letztendlich musste ein anderer Engel Gottes, der Erzengel Michael, kommen und ihm in diesem Konflikt beistehen. Wenn man in Daniel weiterliest, sieht man, dass Michael als der große Fürst oder Engel beschrieben wird, der für die Kinder deines Volkes, das ist Israel, eintritt. In Bezug auf biblische Interpretation kann euch das eine Hilfe sein. Immer, wenn Michael ins Spiel kommt, steht Israel im Brennpunkt der Weltgeschichte, eben weil er der spezielle Engel ist, der die Aufgabe hat, sich um Israel zu kümmern. Und glaubt mir, das ist wirklich ein harter Job. Lesen wir weiter. Er sagt in Daniel 10, 20, Hast du erkannt, warum ich zu dir gekommen bin? Nun aber kehre ich zurück, um gegen den Fürsten von Persien zu kämpfen. Mit anderen Worten, die Schlacht ist noch nicht vorbei. Und wenn ich mit ihm fertig geworden bin, siehe, dann wird der Fürst von Griechenland kommen. Das ist das nächste große heidnische Weltreich. Und somit könnt ihr jetzt verstehen, dass im Hintergrund der Geschichte dieser großen menschlichen Weltreiche satanische Mächte am Werk sind, die im Grunde die Erklärung dessen sind, was im sichtbaren Bereich geschieht. Man kann die Menschheitsgeschichte nicht wirklich voll und ganz verstehen, wenn man sie nur auf der horizontalen menschlichen Ebene betrachtet. Denn die eigentlichen Mächte, die das Schicksal von Nationen und Völkern bestimmen, sind in der Himmelswelt. Dann sagt er in Daniel 10, 21, Doch will ich dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und es gibt keinen einzigen, der mir gegen jene mutig beisteht, als nur Michael, euer Fürst. Wiederum der Erzengel Michael. Dann gehen wir weiter zum ersten Vers des nächsten Kapitels. Das ist Teil derselben Botschaft. Und ich, im ersten Jahr des Medas Darius, war es meine Aufgabe, ihm Helfer und Schutz zu sein. Hier haben wir ein klares und deutliches Beispiel für das Eingreifen von Engeln in die Menschheitsgeschichte. Warum war der Engel Gottes Helfer und Schutz des Darius? Die Antwort lautet, weil Gottes Volk Israel vom Babylonischen Weltreich gefangen genommen und versklavt worden war, und Darius jener persische Herrscher war, der das Weltreich Babylon zerstörte und Gottes Volk frei ließ, damit es in sein Land zurückkehren könnte, was Gottes Ratschluss gewesen war. Hinter allen menschlichen Kräften und hinter dieser horizontalen Ebene steckt also eine vertikale Ebene und Engelsmächte, die am Werk sind, sowohl Engel Gottes als auch Engel Satans. Und die Menschheitsgeschichte muss als Wechselspiel all dieser Kräfte gedeutet werden. Und wir als Christen sind deshalb wichtig, weil Gott uns und uns allein die Waffen gegeben hat, mit denen wir in diesen geistlichen Krieg eingreifen können. Regierungen haben Armeen und Waffen, um gegen andere Nationen vorzugehen. Nur die Gemeinde Christi hat die Waffen, um im geistlichen Bereich, in der Himmelswelt, zu intervenieren. Und ihr versteht sicher, dass diejenige, der in der Himmelswelt gewinnt, letztendlich auch den Lauf der Geschichte bestimmt. Das Wichtigste, was ihr also in der Geschichte tun könnt, besteht in gewisser Weise darin, ein Fürbitter zu sein und die geistlichen Probleme in der Himmelswelt durchzubeten, die die Geschichte der Nationen auf Erden bestimmen. Daniel ist ein perfektes Beispiel hierfür. Ich habe bereits gesagt, dass wir an diesem Krieg teilnehmen. Wir haben keine andere Wahl. Die einzige Entscheidung, die du diesbezüglich treffen kannst, ist, ob du Teil des Reiches Gottes sein möchtest oder nicht. Wenn du Teil des Reiches Gottes bist, dann bist du automatisch im Krieg mit dem Reich Satans. Das ist nichts, worüber du entscheiden kannst. Du tust vielmehr gut daran, dich auszurüsten und zu lernen, wie man kämpft. Denn wenn du das nicht tust, wirst du letztendlich in diesem Krieg fallen. Gehen wir zurück zu Epheser 6. Unmittelbar nachdem Paulus über das Reich Satans in der Himmelswelt gesprochen hat, trägt er uns auf, unsere Waffenrüstung anzuziehen. Wir werden diese Passage relativ rasch durchgehen. Wir beginnen mit Vers 13. Deshalb. Ihr wisst, was ich über das Deshalb gesagt habe. Weshalb steht da deshalb? Wegen Vers 12, dem Reich Satans in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag wieder stehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Paulus sagt, dass ein böser Tag kommen werde. Im Leben eines jeden Einzelnen von uns wird ein böser Tag kommen. Ob wir dann stehen oder nicht, hängt davon ab, ob wir die Ausrüstung haben, die wir benötigen. Dann zählt Paulus die einzelnen Teile der Waffenrüstung auf und er lehnt dieses Bild an die Rüstung eines römischen Legionärs seiner Zeit an. So sieht die Rüstung aus. Sie besteht aus sechs Teilen, die wir uns recht schnell ansehen wollen, ohne sie im Detail zu kommentieren. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Ihr habt einen Gürtel, den ihr um eure Hüften tragt und das ist die Wahrheit. Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ihr habt einen Schutz über eurer Brust, der euer Herz schützt. Und das ist die Gerechtigkeit. Nicht die Werksgerechtigkeit, sondern die Glaubensgerechtigkeit. Und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Ihr habt Sandalen, die eure Füße schützen und euch in die Lage versetzen, weit und schnell zu marschieren, so wie es die römischen Legionäre taten. Was ist der Schutz für eure Füße? Die Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Hierzu ein Kommentar. Wenn ihr weitere Informationen zu diesem Thema haben wollt, dann gibt es Kassetten von mir, in denen ich mich mit jedem einzelnen Teil dieser Waffenrüstung beschäftige. Ich sage das, weil ich dieses Thema nicht hastig abhandeln möchte, aber andererseits doch von den Verteidigungs- zu den Angriffswaffen übergehen möchte. Wenn ich mich zu lange bei der Verteidigung aufhalte, kommen wir ja nie zum Angriff. Bei alledem. Er greift den Schild des Glaubens. Es handelt sich hierbei um einen Großschild, der wie eine Tür aussieht, der jeden Teil des Körpers vor einem Pfeilen des Feindes schützt. Und dann heißt es, nehmt auch den Helm des Heils. Welchen Teil des Körpers schützt der Helm? Den Kopf. Wofür steht der Kopf? Für die Gedanken. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, wie wir unsere Gedanken schützen können. Gott hat uns dafür einen Helm zur Verfügung gestellt, der hier als Helm des Heils bezeichnet wird. In 1. Thessalonicher 5,8 heißt es, und als Helm die Hoffnung des Heils. Wisst ihr, was euer Denken schützt? Hoffnung. Du musst ein Optimist sein. Wenn du ein Pessimist bist, ist dein Denken empfänglich für die Angriffe Satans. Ich habe auch eine Predigt zu diesem Thema, weil das etwas ist, was ich selbst in meinem eigenen Leben lernen musste. Ich wurde als Pessimist geboren und erzogen. Ich litt Qualen in meinem Denken, bis ich lernte, dass ich mich ändern muss und dass ich einen Helm habe, der mein Denken schützt. Dann heißt es weiter, und nehmt das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Das gesprochene Wort Gottes ist hiermit gemeint. Wir haben also insgesamt sechs Gegenstände, die allesamt der Verteidigung dienen, bis auf den letzten, das Schwert. Das Schwert ist eine Angriffswaffe, die jedoch nur so weit reicht, wie dein Arm lang ist. Aber es gibt auch noch eine siebte Waffe, Vers 18, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Mit dieser Waffe haben wir eine größere Reichweite und können das Reich Satans in der Himmelswelt angreifen. Es ist die Waffe des Gebets im Geist. Also haben wir insgesamt sieben Ausrüstungsgegenstände. Fünf davon sind defensiver Natur, der sechste ist das Schwert, das nur so weit reicht, wie dein Arm lang ist. Aber der siebte Gegenstand ist das, was ich als Gottes Interkontinentalrakete bezeichnen möchte. Was ist das? Alles Gebet, wie es hier heißt. Wir können Satans Reich mit der Waffe allen Gebets angreifen. Wir kommen nun auf genau den Punkt zu sprechen, auf den ich hinaus wollte. Wir gehen zurück zu Matthäus 12, wo ich euch noch einen weiteren Vers zeigen möchte. Ich kann nichts anderes tun, als euer Denken anzuregen, aber das ist schon eine ganze Menge. Wenn die Gemeinde endlich zu denken anfangen würde, wären wir unschlagbar. Ich finde es immer sehr beeindruckend, dass Martin Luther die protestantische Reformation damit begann, dass er 95 Thesen an eine Tür anschlug. Er hat nicht gleich alle Antworten angeschlagen, aber er hat die Leute zum Denken gebracht. Und als sie anfingen nachzudenken, kamen Veränderungen. Versteht ihr? Es ist wichtig, dass wir denken lernen. Wir lesen jetzt in Matthäus 12, was Jesus über die beiden Reiche zu sagen hat. Der nächste Vers ist sehr wichtig. Vers 29 Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben. Diese Aussage steht im Zusammenhang mit dem Kampf zwischen den beiden Reichen. Es ist das Prinzip des Starken, wie ich es bezeichnen möchte. Jesus beschreibt hier ein Haus mit einem Starken, einem Despoten, einem grausamen Herrscher, der in seinem Haus Sklaven und alle möglichen gestohlenen Güter hat. Er hat alles unter seiner Kontrolle und es ist sehr schwierig, hineinzugehen und seine Sklaven zu befreien oder seine Güter zu stehlen beziehungsweise zurückzuholen. Wenn du einfach so hineingehst, dann bist du, während du versuchst, seine Sklaven zu befreien, die ganze Zeit damit beschäftigt, dich gegen den Starken zu wehren und dadurch wirst du verwundet. Jesus sagt, das sei nicht die logische Vorgehensweise. Die logische Vorgehensweise sieht so aus, dass man als allererstes den Starken bindet, man fesselt und knebelt ihn und dann kannst du in aller Freiheit hinein- und hinausgehen und dich bedienen und dir nehmen, was du brauchst und seine Gefangenen befreien. Das ist ein geistliches Prinzip. Wenn du in irgendeiner Situation erfolgreich sein möchtest, dann musst du herausfinden, wer der satanische Starke über diese Situation ist. Dann musst du den Starken binden, anschließend kannst du tun, was in dieser Situation gerade notwendig ist, aber das Prinzip sieht so aus, dass man zuerst den Starken bindet und dann seine Gefangenen befreit. Wie ich bereits sagte, ist das Reich Satans in einer absteigenden Hierarchie aufgebaut, deren Ebenen aus Personen, aus Engelswesen bestehen, die in absteigender Rangfolge über Verantwortungsbereiche verfügen. Und auf der untersten Ebene sind das ziemlich kleine Verantwortungsbereiche. Im Allgemeinen ist es nun nicht so, dass man gleich ganz oben anfängt, sondern man fängt dort an, wo man gerade ist. Und man lernt die Prinzipien des Kampfes und dann kann man weitergehen, bis man gegen den Starken über einer Stadt oder sogar über einer Nation kämpft. Aber das ist nicht der Punkt, wo man normalerweise beginnt. Wenn du Probleme damit hast, erfolgreich den Willen Gottes zu tun, wenn du Probleme damit hast, einen geistlichen Durchbruch zu erringen, vielleicht in deiner Familie oder in deinem Geschäft oder in deiner Gemeinde, wenn die Dinge irgendwie nicht so laufen, wie sie deiner Meinung nach laufen sollten, wenn du das Problem aber nicht verstehst, dann würde ich sagen, dass höchstwahrscheinlich ein Starker über dieser Situation steht. Und du wirst erst dann wirklich erfolgreich sein, wenn du etwas gegen diesen Starken unternommen hast. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe es schon einmal erzählt, dass ich das Oberhaupt einer sehr großen Familie bin, die inzwischen etwa 120 Personen umfasst. Unsere Familie besteht aus Adoptivkindern. Es ist eine sehr gute Familie. Wir lieben einander und halten in allen möglichen schwierigen Situationen zusammen. Wir sind immer noch in Kontakt miteinander, auch wenn wir über die ganze Welt verstreut sind. Aber dort, wo ich lebte, nachdem meine erste Frau gestorben war und bevor ich Ruth heiratete, war ich zweieinhalb Jahre lang Witwer. Es ist eine Tradition in unserer Familie, dass wir uns als Familie am Weihnachtsabend treffen und gemeinsam feiern. Wir treffen uns natürlich normalerweise in unserem Haus. Damals hatte ich ein großes Haus. Am Tag vor dem Weihnachtsabend dachte ich darüber nach, wie es sein würde, wenn die Familie zusammenkommt. Obwohl wir einander lieben und im Grunde gute Beziehungen zueinander haben, habe ich immer eine gewisse Spannung, einen gewissen Druck wahrgenommen, wenn ein Großteil der Familie zusammenkommt. Ich denke, das lag zum Teil daran, dass einige Töchter hofften, ich würde mich mehr für ihre Kinder interessieren, als für die Kinder einer anderen Tochter. Ich dachte mir damals, da muss doch was dahinter stecken. Ich lag auf meinem Bett, es war etwa 23 Uhr und ich sagte, Gott, was steckt da eigentlich dahinter? Es war, wie wenn eine Art von grauem Nebel in meinem Zimmer aufkam, unmittelbar unterhalb der Zimmerdecke. Ich begriff, dass Gott dabei war, mir zu zeigen, dass dies die Kraft sei, die die Beziehungen in meiner Familie so schwierig macht. Also fragte ich Gott, was es denn sei und er antwortete Selbstgerechtigkeit. Ich dachte darüber nach. Ich dachte über meine erste Frau nach. Sie war eine wunderbare Christin gewesen, aber wie vielen wunderbaren Christen war es ihr ausgesprochen wichtig, das Richtige zu tun und sie drehte sich sehr darum, auch ja, das Richtige zu tun. Und das ist ein Schritt in Richtung Selbstgerechtigkeit. Dann dachte ich über mich selbst nach und sagte, auf mich trifft das auf jeden Fall zu. Also erkannte ich, dass unsere Familie in gewissem Maße unter dem Einfluss eines Geistes der Selbstgerechtigkeit stand, weil sowohl meine erste Frau als auch ich dafür offen waren. Die Eltern sollten der geistliche Schirm über der Familie sein, der diese schützt. Aber wenn dieser Schirm ein Loch hat, dann gehen Dinge durch, die nicht in die Familie das Erste was ich tue ist Buße tun. Ich werde mich selbst von dieser Selbstgerechtigkeit lösen, weil man nämlich nicht viel für andere Leute tun kann, wenn man das Problem selbst hat. Und das tat ich dann auch. sagte dann, Gott, ich breche diese Macht der Selbstgerechtigkeit über meiner Familie im Namen Jesu. Und als wir am nächsten Tag alle zusammen kamen, war alles ganz anders. Was früher einen Druck auf uns gelegt hatte, war nicht mehr da. Und das ist nur ein Beispiel. Das kann auch ein Geschäft oder eine Firma betreffen. Vielleicht bist du ein christlicher Geschäftsmann. Vielleicht ist es so, dass du deine Finanzen und deine Talente wirklich für den Herrn einsetzen möchtest, aber irgendwie läuft dein Geschäft nie wirklich so gut, wie es laufen sollte. Und gerade dann, wenn du an der Schwelle zu einem Durchbruch stehst, geschieht etwas, das diesen vereitelt. Ich möchte dir den Gedanken nahe legen, dass vielleicht ein Starker über deiner Firma ist. Ich weiß nicht genau, was es sein könnte. Es ist auch nicht meine Aufgabe, das zu wissen. Es ist deine Aufgabe, es rauszufinden. Ich gehe nicht herum und löse die Probleme anderer Menschen, aber ich versuche den Leuten zu sagen, wie sie ihre eigenen Probleme lösen können. Dasselbe gilt für ganze Nationen. Ich war einmal in Neuseeland, ein Land, das ich sehr gut kenne und das ich schon mindestens zehnmal besucht habe. Ich liebe die Neuseeländer und ich befand mich dort vor einigen Jahren einmal in einer Veranstaltung und lehrte über dieses Thema und sie fragten mich, was ist denn der Starke über Neuseeland? Ich erwiderte, zu sagen, es ist eure Aufgabe, es rauszufinden. Es waren ja alles Leiter. Und sie fragten weiter. Und deshalb dachte ich, Gott, vielleicht zeigst du es mir ja. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott es mir tatsächlich zeigte. Ein Freund von mir, ein bekannter neuseeländischer Christ, war etwas verspätet zu dieser Veranstaltung gekommen. Er saß ganz hinten im Saal und seine Tochter saß neben ihm. Schließlich Ich glaube, der Starke über Neuseeland ist Gleichgültigkeit. Es sind sehr herzliche, freundliche Menschen, aber in gewisser Weise nehmen sie das Leben nicht ernst. Sie haben die Einstellung, irgendwie wird am Ende alles gut ausgehen, es wird schon werden. Der Mann, der verspätet in die Veranstaltung gekommen war und ganz hinten saß, drehte sich in dem Augenblick, als ich das sagte, zu seiner Tochter und sagte, es ist Gleichgültigkeit. Ich muss sagen, dass es seit jener Zeit bis heute mit Neuseeland im Grunde in politischer, sozialer und geistlicher Hinsicht abwärts geht. Was ist das Problem? Gleichgültigkeit. Solange sich die neuseeländischen Christen diesem Problem nicht stellen, werden sie meiner Meinung nach nicht in der Lage sein, in angemessener Weise etwas gegen die Gesamtsituation zu unternehmen. Ich bin jetzt mutig und sage noch etwas. Ich war auch in Australien und wurde dort mit derselben Frage konfrontiert. Ich sagte, wenn ihr wissen wollt, was ich glaube, ich glaube, das geistliche Problem in Australien ist Ablehnung. Bei den Australien muss man etwas vorsichtig sein mit dem, was man sagt, aber Australien wurde als Sträflingskolonie gegründet. Gefangene hatten die Chance bekommen oder nach Australien zu gehen. Deshalb macht man die Feststellung, dass im Denken des australischen Volkes im Hintergrund immer dieses Gefühl mitschwingt, wir waren Ausgestoßene, wir waren abgelehnt. Und Gott schenkte einem neuseeländischen Bruder in Australien eine wunderbare Prophetie, als ich in Australien über dieses Thema lehrte. Er sagte, Gott wird diese Nation heilen. Gott hat Erbarmen mit ihr. Gott bezeichnet die Nation als eine Nation, die in Ketten geboren wurde, aber er werde diese Ketten brechen. Ich glaube das. Ich glaube, dass in naher Zukunft eine gewaltige Erweckung in Australien ausbrechen wird. Wir könnten noch weitermachen, was ist der Starke über den USA? Natürlich wirken viele Kräfte in der Nation, aber ich würde sagen, im Wesentlichen ist es Rebellion. Die USA wurden in Rebellion geboren. Es ist schon etwas Erstaunliches. In der Geschichte sprechen wir Briten vom amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, aber die Amerikaner selbst reden von der amerikanischen Revolution. Das ist schon erstaunlich. Ich kritisiere jene, die damals revoltierten nicht. Wenn ich zur Zeit von George Washington Brite gewesen wäre, hätte ich dasselbe getan. Aber es ist und bleibt nun einmal eine Tatsache, dass die Nation in Rebellion geboren wurde. Und es gibt noch etwas, das sehr eng mit Rebellion zusammenhängt. Was meine ich? Rebellion ist wie die Sünde der Zauberei. Die andere starke Macht über den Vereinigten Staaten ist Zauberei. Das sind nur einfache Beispiele. Oh Herr, wie bin ich die Briten sind komplizierte Leute. Das kann man deshalb nicht so in einem Satz sagen. Ich sage den Leuten immer, wenn ihr den Unterschied zwischen den Amerikanern und den Briten wissen wollt, und ich bin ja selbst beides, die Amerikaner erzählen dir, wie gut sie sind, aber die Briten erwarten von dir, dass du das weißt, ohne dass sie es dir sagen. Ich zweifle nicht daran, dass der starke über Großbritannien der stolz ist. Ich sage das nicht aus Kritik heraus. Ich möchte es lediglich diagnostizieren, damit etwas gegen das Problem unternommen werden kann. Ich möchte nun auf einige Waffen zu sprechen kommen, die wir einsetzen können, und damit kommen wir dann zum Ende. Als erstes Gebet. Ich möchte euch für jedes Beispiel ein paar Bibelstellen nennen. Matthäus 18, 18 folgende Jesus sagt hier, wahrlich ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein, und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Das ist eine gewaltige Aussage. Im Griechischen heißt es wörtlich, was auch immer ihr auf Erden bindet, wird im Himmel gebunden worden sein. Also in dem Augenblick, in dem ihr es auf Erden bindet, ist es im Himmel gebunden. Versteht ihr? Wir haben die Macht, im himmlischen Bereich zu intervenieren. Wenn wir auf Erden die Bedingungen erfüllen, können wir etwas auf Erden binden, das im Himmel gebunden ist. Oder was auch immer wir auf Erden lösen, wird im Himmel gelöst sein. Wenn eine Gruppe von Personen, eine Familie, eine Gemeinschaft, ja sogar eine Nation, von bestimmten geistlichen Mächten gebunden wird und wir die Bedingungen auf Erden erfüllen, können wir sie lösen. Und was wir auf Erden lösen, wird im Himmel gelöst worden sein. Mit anderen Worten, Jesus sagt, du bindest es auf Erden und wenn du dich umschaust, ist es im Himmel gebunden. In gewisser Weise ist es so, dass nicht wir auf Gott warten, sondern dass Gott auf uns wartet. Und eine passive Grundhaltung ist Gott kaum wohlgefällig. Aber Jesus knüpft das Ganze an bestimmte Bedingungen. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Das Wort übereinkommen bedeutet dem griechischen harmonieren. Diese Verheißung des Bindens und Lösens ist also mit der Bedingung verknüpft, dass man in der Lage ist, miteinander zu harmonieren. Wenn zwei Menschen miteinander im Gebet harmonieren und um irgendetwas bitten, werden sie es bekommen. Aber es ist nicht leicht, miteinander zu harmonieren. Diese Verheißung ist darauf zurückzuführen, dass wir einzig und allein durch den Heiligen Geist miteinander harmonieren können. Und wenn wir durch den Heiligen Geist miteinander harmonieren, harmonieren wir in dem, was Gott will. Aber es ist eine gewaltige Herausforderung, insbesondere für christliche Ehepaare, wenn Ehemann und Ehefrau miteinander harmonieren können, bekommen sie alles, wofür sie beten. Aber es ist nicht leicht, diese Harmonie zu finden. Es ist ziemlich einfach, fast in Harmonie zu leben. Aber in der Musik ist etwas, das nur fast in Harmonie ist, schlichtweg schrecklich. Und ihr werdet feststellen, dass der Teufel diese Harmonie zwischen euch auf jede erdenkliche Weise bekämpfen wird, weil er davor Angst hat. Als nächstes dann Danksagung, eine weitere gewaltige Waffe. Ich möchte euch etwas sehr Interessantes im Dienst Jesu zeigen. In Johannes 6, 11 heißt es, als denen aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Jesus hat gar nicht gebetet, er hat nur gedankt. Und indem er für fünf Brote und zwei Fische dankte, wurde daraus genug, genug für 5000 Leute. Etwas weiter unten, in Johannes 6, 23 heißt es dann, es kamen aber andere Bote aus Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen, nachdem der Herr gedankt hatte. Wodurch wurde das Wunder freigesetzt? Durch Dank. Die nächste Waffe ist Lobpreis. Gott sagt in Psalm 8, 3, aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Wer ist der Feind und der Rachgierige? Satan. Warum muss er zum Schweigen gebracht werden? Was tut er die ganze Zeit? Er klagt uns an vor dem Thron Gottes. Warum bringt Gott ihn nicht zum Schweigen? Weil Gott sagt, ich habe euch die Waffen gegeben, um ihn zum Schweigen zu bringen. Und dann noch Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas sitzen im Gefängnis im Hochsicherheitstrakt mit Händen und Füßen in Eisen und um Mitternacht beten sie und Preisen Gott und Gott schickt ein Erdbeben, der das ganze Gefängnis erschüttert und jede Tür öffnet. Was löste dieses Erdbeben aus? Lobpreis. Und dann noch Proklamation. Das ist eine Waffe, mit der Ruth und ich uns derzeit sehr viel beschäftigen. Mose war von Gott dazu berufen worden, hinzugehen und Israel aus Ägypten zu befreien. Er sagte, Gott, ich habe nur meinen Hirtenstab. Gott sagte, wirf ihn auf die Erde und er wurde zur Schlange. Mose lief vor seinem eigenen Stab weg. Er erkannte nicht, welche Macht er in seiner Hand hatte. Gott sagte zu ihm, alles was du benötigst, um Israel zu befreien, ist dieser Stab. Geh hin und gebrauch ihn. Lest die Geschichte selbst nach. Mit diesem einen Stab entrrissen Mose dem Pharao die Herrschaft über Ägypten und übernahm sie im Auftrag Gottes und führte die Befreiung Israels herbei. Du sagst vielleicht auch, aber ich habe ja nichts. Gott sagt, was hast du da in deiner Hand? Eine Bibel. Mehr brauchst du nicht. Nimm diesen Stab und streck ihn aus. Wie streckst du diesen Stab aus? Indem du das proklamierst, was die Bibel über dich sagt. Es vergeht eigentlich kein Tag, an dem Ruth und ich keine Proklamation machen. Wir proklamieren jetzt zum Abschluss noch 5. Mose 33, 25. Das ist unsere Proklamation, mit der wir abschließen. Eisen und Erz seien deine Riegel und wie deine Tage so deine Kraft. Keiner ist wie der Gott Jeschuruns, der auf den Himmeln einherfährt zu deiner Hilfe und in seiner Hoheit auf den Wolken. Eine Zuflucht ist der Gott der Urzeit und unter dir sind ewige Arme und er vertrieb vor dir den Feind und sprach vernichte und damit ist die Sache erledigt. Ich versuche zu dem es ist die